Lass mal die Kupplung los. Also, wer ist euer kultigster Händler mit dem besten Angebot? Eine Viertelmillion Euro? Wir beide sind da mit einer Viertelmillion Euro durch die Gegend gefahren? Weißt du, ja, das sind wir. Boah, was ist denn das hier? Schmeid das raus! Jetzt kommt die gute Nachricht, das ist ein H-Kennzeichen. Das Ding hat ein H-Kennzeichen? Ja, das Ding hat ein H-Kennzeichen. Wie kann man denn da drauf ein H-Kennzeichen kriegen? Ja, weil er vielleicht 30 Jahre alt ist. Hier oben und da, das Ding hat er so nie. So kein historisches Fahrzeug? Scheißmoderne Dinger! Wir stoppen hier mit iPhone. Aber Moment, nur ein iPhone? Meins läuft anders als deins? Nein, wir nehmen nur eins. Okay. Für beide Runden. Ja, okay. Sonst fängt der bestimmt schon mit dem iPhone an. Hast du eine andere Zeit drin oder so? Fahr nie mit dem Autohändler irgendwie rennen, ja? Weil dann wird es da auch schon wieder verhandelt. Ja, das ist das Ding. Das ist das Ding. Du kribbelst das Ding aber auch, ne? Oh Mann! Scheiße! Was soll ich denn machen? Ja, was soll ich machen? Voll geil. Voll geil! Okay. 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 Okay.